Hallo ihr Lieben, es ist wieder Sonntag und ich habe mal diesmal ein etwas älteres Acrylic Purim Video noch rausgekramt, weil ich dachte mir das hatten wir jetzt lange nicht. Falls es irgend für jemanden zu langweilig ist, es tut mir leid, aber erstens ich mache es total gerne und ich hatte leider noch nicht die anderen Videos aktuell fertig, die ich jetzt so gerne euch schon gezeigt hätte mit anderen Gießarten und dementsprechend habe ich mich jetzt dann spontan dazu entschieden und wie gesagt Acrylic Purim ist halt eine wunderschöne Art um einfach mal einen kurzen Moment zu entspannen und einfach mal zu schauen, was passiert da jetzt gerade, was kommt dann am Ende raus mit den Farben und genau. Und diesmal habe ich, ihr seht schon, ich habe da zwei Luftballons gehabt, habe ich ein, zwei, drei Akzente damit gesetzt oder zumindest mal ausprobiert und habe diesmal drei Neonfarben genutzt und das weiß logischerweise. Ich bin auch da zu dem Zeitpunkt noch mit dem Weiß nicht so richtig glücklich, weil es nicht so flüssig ist, wie ich es mir gewünscht habe. Ich, wie gesagt, habe mittlerweile auch schon eine andere Art, das hoffentlich zu mischen oder besser gesagt, ich probiere es dann aus. Ich habe es jetzt im Moment nicht gemacht und freue mich dann aber schon drauf, wenn ich das dann ausprobieren kann. Auch, es sind ja auch immer wieder mal andere Farben, die ich nutze und das macht es natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, einfach weil die unterschiedlich reagieren, auch so ein Stück weit. Manche sind schon ein bisschen flüssiger, andere muss man ein bisschen mehr verflüssigen, ist das ein richtiges Wort? Ich weiß es nicht. Aber genau, also dadurch, es ist halt immer wieder für mich noch ein Ausprobieren, weil ich bin wirklich kein Profi. Ich probiere mich aus, ich zeige euch, wie ich mich dadurch probiere, damit ihr ungefähr vielleicht einfach Fehler nicht macht, die ich vielleicht jetzt noch mache und zeige euch aber auch, wie viel Spaß man, unabhängig davon, ob jetzt irgendwie Fehler passieren, dabei ja einfach auch haben kann. Also das ist wirklich etwas, was ich euch zeigen möchte, weil es für mich, wie gesagt, auch ein wunderschönes Hobby ist, ob es jetzt das Film ist, damit ich es euch zeigen kann. Und ihr seht schon, das Orange ist echt dick, flüssig. Also dementsprechend, es hat ein bisschen mir das Leben schwer gemacht. Auch später auf der Leinwand war es nicht ganz so leicht, wie ich es mir gewünscht habe. Es wäre, glaube ich, genug Farbe gewesen, aber wie gesagt, es war nicht flüssig genug. Und aber ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich habe euch direkt beim Anmischen nicht mitgenommen, weil ich dachte, das haben wir jetzt ganz oft schon gesehen. Und aber ich wollte euch wenigstens bei den Schichten nochmal mitnehmen und dann auch zeigen, einfach auch, was da eben die Farbenprobleme jetzt waren. Weil sonst versteht man, glaube ich, nicht, warum das so dann auf der Leinwand zum Beispiel aussieht. Und genau. Aber wie ihr seht, das Gelb ist zum Beispiel sehr, sehr schön geworden. Und das war aber auch ein anderes Gelb. Also andere Farbscharge und nicht die von dem Grünen und von dem Orange, beziehungsweise Weiß. Also dadurch, genau. Ansonsten vielleicht so ein bisschen nebenbei, so ein kleiner Plausch. Ich probiere mich gerade auch an anderen Gießmaterialien aus. Es gibt ja so unglaublich viele. Ihr seht ja, ich habe halt viel mit Gießen, weil ich das halt so, so schön finde. Ob es jetzt Acrylicpouring ist oder das Epoxidharz. Habe jetzt zum Beispiel ja auch schon mal mit Beton was gemacht, was ich sehr spannend fand, wie es funktioniert, wie das Material funktioniert. Und habe jetzt eben auch andere schon ausprobiert. Habe jetzt auch schon zur Haarrose das Resin, was ich unheimlich schön finde, einfach mal auszuprobieren. Und ich möchte auch das Hydroflow ausprobieren. Das sind alles so ähnliche Materialien wie das Jasmonite, was jetzt anscheinend so total berühmt jetzt gerade geworden ist, weil es einfach ein Material ist, was eben nicht wie das Epoxidharz doch schon eine chemische Reaktion hat. Soll es halt nicht ganz so schlimm sein von den Reaktionen, sondern halt Tatsache sind nicht gesundheitsschädlich, sondern angenehm. Man muss nicht so viele Sicherheiten, Einstellungen machen, also Masken und weiß ich nicht was alles, was man ja beim Epoxidharz Tatsache sehr, sehr, sehr beachten sollte und für sich sorgen sollen. Wie gesagt, dadurch will ich mich da so ein bisschen mal rantasten und anschauen. Hatte ja das Resin jetzt, wie gesagt, auch schon ein Video, habe ich euch schon hochgeladen und probiere mich da aber eben halt noch so ein bisschen aus und will da noch so ein bisschen schauen, wie bekomme ich die Farben zum Beispiel anders hin, wie funktioniert wirklich, wie lang muss ich es wirklich trocknen lassen. Und jetzt die Firma selber, wo ich es gekauft habe, die hat mir halt den Hinweis gegeben, dass ich mindestens eine Stunde das trocknen lassen soll, das Resin zum Beispiel. Und dadurch werde ich da nochmal so ein bisschen schauen und werde da auch bestimmte Techniken mir nochmal anschauen, beziehungsweise auch überlegen, was man da so für Möglichkeiten hat, Marmorierung oder ähnliches reinpacken. Und wie gesagt, da will ich euch auf jeden Fall mitnehmen und hoffe, ihr habt dann auch so ein bisschen Spaß mit dran. Hab aktuell nebenbei laufen, aber das wird ein längeres Projekt, das Diamond Painting. Malen und hab mir auch Aquarellpinsel geholt und ich weiß nicht jetzt, wer es so ungefähr immer mitbekommen hat, wirklich malen kann ich nicht. Ist einfach so, ich stehe dazu und hab jetzt aber eben, wie gesagt, die Pinselstifte, da ist auch so ein Zeichenkurs mit bei. Ich brauch dafür so ein bisschen Zeit, um da einfach auch die Muße dann zu haben, eben mich an Zeichnen heranzutrauen. Also dementsprechend wird auch das noch einen Moment dauern, aber so ein bisschen vielleicht so als kleinen Einblick, was euch noch so ein bisschen erwarten wird in nächster Zeit. Und wie gesagt, ich gehe es total gerne an. Ich freue mich schon mega drauf. Und ja, vielleicht werde ich auch nochmal Makramee machen, aber das filmt sich halt auch total schwer. Also dadurch wird das dann eher so ein Video sein, was ich halt mit Musik oder was auch immer hinterlege und ihr einfach nur seht, was ich tue. Falls jemand das dann nicht sehen will, ist überhaupt nicht schlimm. Ist einfach, ich bekomme es halt nicht so gezeigt, wie ich es gerne möchte. Und dadurch wird es dann so sein. Ja, ansonsten, wir sind ein paar Abonnenten mehr geworden und ich danke euch auch jetzt immer wieder von Herzen, dass ihr da seid, dass ihr gerne meinen Kanal schaut. Und genau, also dadurch, falls euch irgendwas, ihr dürft gerne kommentieren, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben dalassen, ihr dürft ein Abo dalassen, wer es noch nicht hat. Und dadurch, ich freue mich. Ja, hier seht ihr gerade, ich habe jetzt die Farben also geschichtet und mache wieder diese Flip-Methode. Das heißt, ich mache die Leinwand auf den Becher rauf und dann drehe ich den Becher um und dann läuft die Farbe erstmal nach unten. Wenn die Farbe so ein bisschen nach unten gelaufen ist, also das dauert ein paar Sekunden, dann so ein bisschen an den Becher klopfen zum Teil, damit das ein bisschen schneller runterläuft. Und ich finde ja immer diesen Effekt so unglaublich schön, wenn man das da so an dem Becher runterlaufen sieht. Und genau, also das ist für mich bisher die schönste Methode gewesen. Da habe ich die schönsten Ergebnisse mit und freue mich da natürlich sehr drüber, wenn dann die Farben sich so auch verteilen, wie ich es gerne hätte. Vielleicht noch eine Info, ich habe auch hier wieder das Silikonöl mit reingemacht, was eben so ein bisschen diese Zellbildung halt so ein bisschen unterstützt. Es funktioniert bei mir nicht immer, was aber glaube ich auch an meine Spielereien mit den Farben aktuell liegt. Wie gesagt, ich probiere es aktuell immer wieder noch aus. Es ist immer eine Überraschung, was es wird, wie es wird. Einfach weil ich da noch kein Profi bin. Es gibt bestimmt YouTube-Kanäle, die gerade mit Acrylicporigen wirklich so, so schöne Effekte auch herbe hinbekommen und die anscheinend immer funktionieren. Also dadurch ist es natürlich dann da, wer wirklich richtig, richtig schöne Ergebnisse dann auch noch sehen möchte oder auch mal andere Techniken noch sehen will, wo ich mich jetzt noch nicht reingetraut habe. Darf gerne einfach mal auf YouTube sich ein bisschen umschauen und da gibt es ganz, ganz tolle Kanäle, wo ihr euch auch ein bisschen kundig machen könnt. Hier ist es Tatsache eigentlich immer so ein bisschen zeigen, was für Techniken es gibt. Und wer dann tiefer reindrehen will, der kann da so ein bisschen dann auf YouTube nochmal schauen oder halt immer ein bisschen bei mir noch mitschauen, wie weit ich dann irgendwann bin. Also ich glaube, wer die ersten Videos so gesehen hat, der weiß, ich habe zu Anfang noch viel weniger gewusst, was ich da tue und ja. Ja, jetzt ist wieder das Typische. Ich bin, wie gesagt, mit der Farbe, die ist so unglaublich dickflüssig und es dauert seinerzeit. Es tut mir leid. Ich drehe jetzt einfach mal ein bisschen das Tempo hoch, um euch die Zeit nicht zu lang werden zu lassen. So, ich habe jetzt einfach dann nochmal so ein bisschen was rausgeschnitten und wie gesagt, es ist einfach ganz, ganz langsam dann immer geflossen. Habe jetzt auch nochmal ein bisschen versucht, da Farbe rauszuholen und es ist sehr, 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 sehr schade für mich dann auch immer gewesen. Wie gesagt, schaut unbedingt, wenn ihr das gerne nachmacht, dass die Farbe flüssig genug ist. Das Video ist, wie gesagt, jetzt schon ein klein bisschen älter, also nicht wundern. Ich habe es dann so ein bisschen versucht, immer noch zu retten, damit die Farbe überall verteilt ist. Ich finde das Muster trotzdem schön. Ich finde auch die Farbkombi wirklich schön geworden und habe es dann, wie gesagt, versucht mit dem Luftballon auch so ein bisschen zu retten, um dort die Strukturen beziehungsweise die ganzen Überblendungen hinzubekommen. Und wie gesagt, das ist für mich jetzt was ganz Neues gewesen. Ich hatte es bei einer anderen YouTuberin gesehen. Es tut mir leid. Ich finde, glaube ich, den Namen nicht mehr. Ich muss mal schauen, ob ich ihn noch finde. Dann würde ich ihn verlinken, weil da, ich glaube, das war die eine YouTuberin, wo ich, die unheimlich viel schon mit Acrylicpuring macht. Und aber es ist halt Tatsache was unglaublich Schönes, was sie dann auch mit den Luftballons hinbekommen hat. Dadurch, da bei mir aber die ganze Farbe nicht mehr ganz so schön war, hat es mit den Luftballons mit dem, was ich eigentlich vorhatte, gar nicht funktioniert. Aber es hat mir geholfen, die Überblendung so ein bisschen zu machen, weil ich ja so ein bisschen, das habt ihr ja gesehen, so ein bisschen die Farben mit dem Finger aufverteilt habe. Und das ging jetzt mit den Luftballons so ein bisschen besser dann, dass ich das so ein bisschen ausgeblendet bekommen habe. Und wie gesagt, die Farbkombi finde ich unabhängig davon trotzdem echt schön. Und ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss!